Dass es wirtschaftlich im Unternehmen Prämikon AG knistert, das hatten wir in den letzten Monaten auch gehört, so Rechtsanwalt Reimer aus Bautzen. Aber dass dies nun alles so schnell gehen würde, ist auch für mich eine Überraschung. In der Eigendarstellung des Unternehmens heißt es, Zitat. Die Prämikon AG ist ein Unternehmen, das sich neben der Vermarktung von Kapitalanlagen einen festen Platz im Kreuzfahrtgeschäft gesichert hat. Das Münchner Unternehmen wurde 1998 gegründet und erweiterte sein Fondsangebot für Flusskreuzfahrten und Containerschifffahrt um Reisedienstleistungen und den Reedereibetrieb. Mit der Prämikon AG als Reisepartner können Sie Schiffsreisen auf Rhein oder Donau planen und dabei mit einer starken Flotte von von mehr als 15 Flusskreuzfahrtschiffen aus zahlreichen Reisemöglichkeiten wählen. Vom Investment zum Reisen, dass diese beiden Wirtschaftsbereiche gar nicht so weit auseinander liegen, stellt die Prämikon AG eindrucksvoll unter Beweis. Neben der Vermittlung von Flusskreuzfahrten engagiert sich das Unternehmen auch für das Investment in Hochseekreuzfahrten. Mehrere Schiffe der Flotte sind Vollzeit an andere Reedereien wehrchartert. Mit weiteren Reedereien und Reiseanbietern, wie beispielsweise Nikotools oder TUI, hat die Prämikon AG Time Charter Vereinbarungen getroffen. Seit Dezember 2009 ist TransOcean Kreuzfahrten ein Tochterunternehmen der Prämikon AG. Außerdem hält Prämikon 98 Prozent der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG. Wer in Prämikon Kreuzfahrten investiert, liegt definitiv nicht daneben. Die Aktiengesellschaft und ihre leistungsstarken Partner überzeugen mit tollen Angeboten und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim Reisen mit Prämikon AG stechen beeindruckende Twin Cruiser wie die TC Prämikon Queen Baujahr 2008 oder die MS Flamenco Baujahr 2005 ins Auge. Die MS Flamenco war zum Zeitpunkt ihres Baus sogar der erste Twin Cruiser innerhalb Europas und setzte für Flussreisen und Kreuzfahrten dank getrennter Maschinen und Passagierbereiche einen neuen Reisestandard. Alle Flusskreuzfahrtschiffe der Prämikon AG sind komfortabel ausgestattet und hervorragend für exklusive Schiffsreisen geeignet. Die Annehmlichkeiten an Bord und die zahlreichen reizvollen Reiserouten in Deutschland und Europa werden sie begeistern. Zitat Ende. Nun wird man abwarten müssen, welche direkten und indirekten Auswirkungen diese Insolvenz für die beim Unternehmen Prämikon investierten Anleger haben wird bzw. haben könnte. Da habe ich mir, so Rechtsanwalt Jens Reimer aus Bautzen, derzeit noch keine abschließende Meinung gebildet, was wohl auch nicht möglich ist. Trotzdem sollten Anleger bereits jetzt ein erstes Beratungsgespräch mit einem mit dem Thema Prämikon vertrauten Rechtsanwalt suchen. Das auch, um bei den weiteren Entwicklungen in diesem Vorgang gut gerüstet zu sein. du weiblichst animieren aus Bautzen, um dannexte eine Jared für den